Willkommen zu Emongas mit all meinen Freunden. Mit dabei haben wir Flo, Ryan, Khan, Janja, Candy, Flauschi und Topf. Und ich würde sagen, wir starten mit der Runde. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr seht schon, wir sind heute schnell unterwegs. Es gibt nur einen Imposter, der hat richtig krasse Fähigkeiten und wir haben extrem viele Aufgaben. Mal gucken, ob wir es schaffen können, gegen diesen einen OP-Imposter zu überleben. Nein, 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 ich bin Imposter. Wieso? Bin ich Imposter? Und ich bin Janitor geworden. Das heißt, ich kann, oh mein Gott, wir sind alle so schnell, die anderen haben super viele Aufgaben. Aber, oh mein Gott, warte, Emergency Meeting jetzt schon? Wir sind alle losgelaufen, aber die Leute haben noch kein Like und kein Abo dagelassen. Okay, Candy. Äh, nein, bitte nicht. Ich wohnte Candy. Ja, okay, wir wohnten Candy. Wir wohnten Candy. Habt ihr wirklich Candy? Ihr habt wirklich keine Candy gewonnen. Tschüss, Candy. Hat überhaupt schon jemand irgendeine Task gemacht? Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Okay, Leute, da sind wir den ersten schon mal losgeworden. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ich guck mal, ich kann jetzt hier auf jeden Fall... Hä? Oh, Mann. Ich hab keine Kill-Cooldown, sonst hätte ich jetzt hier... Da ist gerade jemand mitgelaufen. Wir haben halt schon noch 25 Sekunden Cooldown. Das ist weniger als uns... Mann, normalerweise kann ich bei Electrical jemanden killen. Okay, ich warte. Ich warte hier einfach und kille, sobald ich jemanden sehe. Warte mal, wir können mal hier reingucken. In die Camps. Da sind einige. Danja kommt jetzt hier lang. Okay, okay, okay. Ich glaube... Ah, Leute, ich hab ein bisschen Angst. Ich komm doch nicht hier lang. Kann ich zu Electrical... Da sind Danja und Flo. Oh, Mist, 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 Mist. Leute, ich kann ja auch wegcleanen, ne? Ich kann ja eine Leiche machen. Und kann die dann cleanen. Warte mal. Ich kann nicht sofort cleanen. Ich kann nicht... Hier in... Wie heißt das? Gegenüber von React, oder wo man... Die Kameras... Security. Security, genau. Ja, da hab ich die Leiche gefunden. Ja, also ich find Easy und Danja... Ich hab Danja da gesehen. Ja. Ja, ich war gerade bei Acker gegangen. Und du bist hoch mit Flo zusammen. Ich glaub, Danja ist mir ein Gegenbekommen, oder? Ja, ich wollt grad sagen, ich hab Flo gesehen. Also Flo könnte das natürlich gewesen sein. Nein. Hä, wo war die denn noch da? Du bist, Mann. Wie kommst du jetzt auf andere wieder? Ja, ich war jetzt bei Upper Engine. Ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Hör mal auf zu lügen. Ehrlich, du bist so eine Lügnerin manchmal. Du bist nicht so klar. Also warte, wer kommt jetzt in Frage? Eigentlich nur Danja und Flo. Jemand anderes war da doch nicht. Ich hab niemanden... Ja, aber ich bin runtergelaufen. Ob ich in der Lage dazu bin, so einen krassen Krieger zu tun. Also ich glaub, Selbstreport ist es nicht, weil Tops war lange bei mir bei Electrical. Er hätte mich überm Van killen können. Also ich vertraue ihm jetzt mal. Aber das wäre jetzt ein Alibi. Na gut. Ja, ich vertraue ihm mal. Das ist jetzt irgendwie auch... Aber Electrical kann man wenden doch zu der Security. Ja, sag ich doch! Ja. Ja, dann warst du's vielleicht. Dann warst du's vielleicht. Hä, wie soll ich denn da hinwenden und dann wieder... Sag mal... Checkt ihr überhaupt dieses Spiel? Sag mal los. Sag mal los. Aber ich weiß nicht. Also Karn hat ja am meisten Level, merk ich gerade. Der hat die meiste Erfahrung. Danja, ganz klar. Oh, das stimmt. Äh, Danja ist... Also ich kann Danja saven. Dankeschön. Die war's nicht? Danja war's nicht? Aber dann fällt es dann, hä? Nein, das höre ich nicht. Aber wer kommt dann jetzt noch in Frage? Weil Danja ist auch Level 50. Nein, ich war's nicht. Ich bin vorbeigerannt. Ja, du bist auch Level 46. Was würdest du mir damit jetzt sagen? Ja, okay. Oh, Missile ist Level 15. Und Flauschi ist Level 52. So, was machen wir jetzt, Leute? Aber Flauschi hat nicht skippt. Ja, aber... Ich bin schon relativ schnell, aber... Ja, wir können schon skippen, weil wir sind halt immer noch genug Leute. Zwei Leute Karn? Geht's noch? Hä? Was ist denn da los? Flauschi ist Karn. Ich weiß nicht, was das gerade war. Wieso haben die Leute Karn gevotet? Was? Okay, warte. Ich hab grad gesehen, zwei Leute sind zum Reaktor gelaufen. Okay. Ah, natürlich jetzt müssen wir gucken, dass wir jemanden finden. Ich bin zwar hier ein bisschen crazy als Imposter unterwegs. Ich kann theoretisch halt wirklich clean, ne? Ich würd gerne mal sauber machen. Okay, ich kann killen. Wo ist sie hingelaufen? Da ist doch grad jemand gewesen! Oh, 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 oh. Okay. Hm. Ich kann auch grad nichts sabotieren. Okay. Flauschi und Danja sind da. Okay, Leute! Die sehen mich halt auch nur rumlaufen, ne? Da ist Flo. Okay, Flauschi hat's nicht gesehen. Ich geh mal in die Kamera. Puh, Tops kommt rum. Hm. Easy ist grad in Security gelaufen. Ich war kurz in den Kameras und dann hab ich Tops oben langlaufen sehen und dann bin ich wieder zur Mitte. Aber ich war da länger schon. Bei Electric, da kann man aber auch wenden, ne? Ja. Danja steht an der Task schon die ganze Zeit. Bei Reaktor, ne? Da stand sie? Ja, genau. Also Danja kann's nicht gewesen sein eigentlich. Danke. Aber die konnte ja letztes Mal auch schon nicht gewesen sein. Ja, ich kann's auch nicht gewesen sein. Wir sind nur noch zu viert, Leute! Was? Was hast du denn in der Kamera gesehen? Von wo kam Tops und wo soll sie hinlaufen? Tops kam von rechts von Cafeteria und ist nach links nach Upper Engine gelaufen. Ja. Oder, warte mal. Ich hab dann easy gesehen. Kamst du von rechts oder kamst du aus Mad Bay? Äh, wie? Also, von oben rechts. Kamst du von rechts? Ich weiß... Also, von Mad Bay müsste es gewesen sein. Mad Bay ist oben links. Hä? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Also sozusagen von... Also er ist auf jeden Fall nach links zu Upper Engine gelaufen. Ich weiß nicht, ob er aus Mad Bay kam oder aus Cafeteria. Aus einem von beiden. Ja, der müsste sich von Mad Bay in Richtung Mad Bay nicht nicht kommen. Wenn Mad Bay kommt, ist das Harz. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich... Ich bin ja von oben... Ich bin von Mad Bay gekommen. Du bist von Mad Bay gekommen? Dann hab ich easy gesehen. Na, wenn du von Mad Bay gekommen bist, dann bist du bisschen sass. Aber warst du in Mad Bay? Was ich machen muss? Weil ich vergesse jedes Mal, wo die ganzen... Äh... Hier... Die ganzen Räume da sind. Und... Er ist aber auch nur Level 6, ne? Also, es könnte schon sein, dass er gerade wirklich nur... Die Wahrheit sagt. Und... Und ich weiß, was er tun soll. Okay, okay. Was soll ich sagen? Soll ich sagen? Ja, ich bin jetzt nicht davon... Du sollst die Wahrheit sagen, Topf! Ja, ich... Ja, ich bin... Topf, bist du's? Topf, bist du Imposter? Nein, ich bin's nicht. Sag es nochmal. Mit ein bisschen Überzeugung, damit wir es dir auch glauben können. Nein, ich bin nicht Imposter. Izzy, wo warst du denn, bevor du zu Security gegangen bist? Genau, Izzy. Boah, Junge, da fragst du mich. Das war ja Anfang der Runde. Wo kamst du unten? Ah. Was? Kamst du von oben oder von unten? Ich weiß es nicht mehr. Ich war irgendwo... Flauschi, das ist jetzt schon zwei Minuten her. Das weiß ich nicht mehr. Ah. Sass. Oh, lol. Ich hab jetzt Topf gewartet. Sorry. Leute, ey! Wir werden diese Runde so hart gewinnen. Eigentlich muss... Topf war Dester. Ich dreh durch. Nein. Nein, hieso? Tops, wusstest du das? Wusstest du das? Ich hab nur... Es stand nur dran, get voted out. Und ich wüsste nicht, wie kann ich mich sass machen. Oh, ne! Jetzt hat der einfach... Ich hab easy gesehen, wie der gewendet hat. Ey, du warst uns erlaubt. Ab sofort neu im EasyMouse.shop. Handyhülle, kuscheliger Schlafanzug, praktische Trinkflasche und vieles mehr. Alles gibt's in vier superschönen Designs. Die ersten 1000 Bestellungen erhalten außerdem eine handzignierte Autogrammkarte. So, mal sehen, ob wir wieder Imposter sind. Crewmate, ein Glück. Ich will nämlich mal gucken, ob wir gegen den OP Imposter gewinnen können. Ey, gerade eben, wenn es kein Jester gegeben hätte... Ey, ich hätte so safe als Imposter gewonnen, aber... Naja, der Jester hat's ein bisschen... Ähm... Bitte nicht. Wir sind alle losgerannt, aber was haben die Zuschauer? Die haben noch keinen Like dagelassen. Oh, mein Gott! Aber das weiß ich nicht, vielleicht haben die schon einen Like dagelassen. Du, Handy, tut mir leid. Warte mal, er ist Jester. Warte mal, er ist Jester. Ist er Jester? Ich will auch gar nicht gevotet werden. Er ist Jester, smart. Er macht aber auch Candy-App. Dann vote ich wieder Candy. Dann vote ich wieder Candy. Ja, okay. Dann warte ich auch wieder Candy. Wir haben noch eine Candy. Oh mein Gott, ey. Ey, warum haben mich denn zwei gevotet? Oh, Ryan. Ey, das war ein guter Versuch. Ich wäre drauf reingefallen. Junge, das hätte ich nicht gecheckt, dass der Jester ist. Okay, das heißt, wir dürfen Ryan jetzt nie rausvoten. Die ganze Runde nicht. Aber damit hat er sich ja jetzt schon mal verraten, oder? Also, jetzt würde, glaube ich, keiner mehr so leicht rausvoten. Das war ein nicer Try, auf jeden Fall. Wir machen hier unsere Tasks und versuchen zu gewinnen. Bam, let's go. Okay, hier ist nichts mehr. Wir gucken mal. Navigation. Da ist Khan. Oh Mann, Khan macht mir manchmal ein bisschen Angst. Bitte nicht. Bitte Khan. Khan. Ich habe so Angst vor ihm, ne? Oh, ich habe so Angst, dass der mich hier gleich umhaut. Puh. Aber wir müssen unsere Tasks machen, Leute. Wir wollen schließlich gewinnen. Okay, Storage. Ich habe hier eine Task. Ah, die Task. Die ist natürlich super nervig. Okay, da ist jemand tot. Flo, glaube ich. Das ist Flo. Was ist mit mir? Ich bin mit dir im Licht drinne. Bei Alec. Das Licht war aus. Ich habe gerade oben Tasks gemacht. Alec. Und Flo war drin. Und ich habe Tasks gemacht. Wollte runter gehen und das Licht wieder anmachen. Und dann war Flo tot. Also ich bin in der Electrical reingelaufen. Da standen Danja und Candy oben an Tasks. Flo stand einfach nur im Raum rum. Und dann ist das Licht ausgegangen. Aber war er vielleicht da schon down? Nee, er stand... Also das weiß ich nicht. Sein Haus entstand da halt. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Candy, das macht Candy. Candy klingt irgendwie so sass schon wieder, ne? Also es müssen ja entweder Candy oder Flausche gewesen sein. Ich tippe, dass es Ryan ist. Aber mal ganz kurz. Woher willst du das wissen? Das Licht war doch aus. Oder war es bei dir vielleicht an? Weil du Imposter bist. Also ich weiß... Ist es erst ausgegangen? Ich weiß nicht, wer es war. Aber auf jeden Fall hat man die Tür... Man sieht ja nicht viel. Hast du Candy und Danja gesehen, dass sie oben sind? Ja, aber da war es auch noch an. Es ist erst ausgegangen, als ich schon in Electrical drin war. Ich bin zum Licht gegangen und wollte es anmachen. Ich bin jetzt verwirrt. Oh, dann war der Kill jetzt. Während ich da an diesen Switches war, boom. Äh, war der Kill. Candy, buchstabier mal Crewmate rückwärts. Es müssen halt Candy oder Flausche sein. Wo soll denn hier Crewmate stehen? Das steht hier nirgends. Das heißt, wir können sie einfach hintereinander rausvoten. Leute, steht... Ich hab ne Rolle. Ich hab ne Rolle. Bei mir steht nicht Crewmate. Bei mir steht etwas anderes. Ganz kurz. Wer war denn bei euch? Bei Candy ist ein Imposter. Die Imposter-Rolle hat er. Okay. Wer war denn in der Nähe von Mad Bay oder Security? Alter, der muss gewendet haben, der Imposter. Okay, ich buchstabiere rückwärts. R-E-T-S-E-J. Was? Okay. R-E-T-S-E-J. Hat er grad Imposter rückwärts buchstabiert? Wir haben auch nur... Wir können auch skippen. Ja, eben. Also ich kann Flausche saven und mich auch, weil wir beide im Licht drin waren. Ich skippe erstmal. Okay. Aber dann ja sass. Ja, dann kannst Candy sein. Ja, Ryan ist sass. Ich war im Licht drin. Hat gesagt, der war oben. Also ich hätte jetzt einfach Candy und Flausche hintereinander rausgevotet. Ja, gute Idee. Ja, dann erwischen wir eigentlich safe. Ja, nächste Runde gewoten wir Candy. Warum? 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 Da war noch andere in Electrical. Ja, bei der Jetstar ist doch ganz eindeutig Ryan. Hast du mich gevotet? Nein. Ja, sie hat schon recht. Also es klingt halt hart nach Candy. Ich werde mich jetzt vor Candy auf jeden Fall in Acht nehmen. So, da ist irgendjemand bei mir. Oh, wie waren die denn schon da? Hä? Die waren ja viel schneller als ich. Crazy. Ja, das ist auf jeden Fall wild. Aber ich will jetzt nicht... Weil manchmal, ich werde halt auch übertrieben häufig random votet. Und es ist nicht geil, wenn man es dann nicht ist. Wisst ihr, wenn du Crewmate bist und die anderen voten nicht raus, ist das nicht geil. Deswegen werde ich jetzt Candy hier mal noch nicht rausvoten. Auch wenn ich ein ungutes Gefühl habe bei ihm. Das für den Impostor ist natürlich am Anfang immer am schwersten. Weil da am meisten Leute rumlaufen auf der Map. Nicht Flauschi. Candy hat Flauschi ermordet. Candy hat Flauschi ermordet, ich habe es gesehen. Okay. Hab sie nicht ermordet. Wo liegt sie denn? Ich bin nicht mehr in der Nähe. Ja, aber... Wann tatsächlich? Woher liegt sie denn? Wissen, ob du in der Nähe... Also ich kann ja mal folgendes sagen. Warte, warte kurz, warte. Also... Easy ist für mich safe. Die habe ich bei ein paar Tasks gesehen. Die kann sie eigentlich nicht gefaked haben. Danja ist für mich bei diesen... Sie spielt jede Woche mit uns. Sie faked oft hast. Bei diesem Kill... Okay. Bei diesem Kill... Danja ist nicht ganz raus. Weil kurz vorher kamst du aufs Admin raus. Und bist nach unten Storage gegangen. Und der Kill war direkt vor Electrical. Auf dem Gang noch. Das sind die... Und Tops ist für mich raus. Weil ich den kurz vorher noch bei Reaktor gesehen habe. Mit Easy. Also die beiden sind eigentlich für mich raus. Na Tops war es auch nicht. Da muss ja Candy sein. Also Candy war zweimal unmittelbar in der Nähe von einem Kill. Zweimal. Ich war vorhin blind. Das Licht war aus. Ich habe vorhin... Wer hat es von mir schon... Flo... Nicht... Ich war es nicht. Candy, wo warst du denn jetzt zuletzt? Ich bin Mad Bay oben. Immer noch? Ja, ich stehe jetzt gerade in Mad Bay. Das ist falsch. Nein, ich stehe in Mad Bay. Ich habe mich auf den Camps doch gesehen. Ja, ich stehe aber in Mad Bay. Soll ich sagen, ich laufe schnell. Aber du bist doch weg gelaufen. Ja, ich bin und storage hoch. Ich bin in Mad Bay. Ich bin in Mad Bay. Andrea, Khan oder Candy? Ich stehe jetzt in Ordnung. Also Khan ist es glaube ich nicht. Der hatte so viele Chancen mich zu töten. Aber Leute, wir können immer noch Ryan voten. Nicht vergessen. Dann verliert Candy auch. Wir können Ryan voten. Ich bin sicher, es ist Candy. Ich bin auch sicher, dass es Candy ist. Ich vote jetzt trotzdem Ryan. Was? Nein, nein. Candy votet auch Ryan safe. Nein! 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 Ich finde es halt wirklich nicht. Ich finde es wirklich nicht, Leute. Jetzt gewinnt Ryan einfach. Wir werden das bereuen. Safe ist Ryan. Nein! 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 Ich wusste nicht doch! Ja, das war ja das Witzige. War Candy... Ja, Candy war natürlich ein Poster. Der Süße hat nicht gewonnen. Und wir sind wieder Crewmate, meine lieben Freunde. Und... Ja, ich meine... Bisher hat noch keine Poster gewonnen. Obwohl der Imposter so schwer und schnell ist. Und wie so viele Tasks haben. Also, schauen wir mal, ob der Imposter dieses Mal besser ist. Guck mal. Ich stelle mich hier drauf. Das heißt, Flo kann sogar bezeugen, dass ich hier beim Scanner war. Das hat er gesehen. Das heißt, ich kann schon mal nicht gewesen sein. Oh nein, Licht. Nicht Licht. Okay, das hat schon jemand gefixt. Das ging schnell. Man wurde mal nicht getrollt bei den Lichtern. Okay, da ist Candy. Ah, der ist auffällig weit gelaufen gerade. Ja, Candy rennt hier rum wie sonst was. Der rennt hier einfach... Der ist safe. Der ist safe. Candy? Ja, Candy? Ja, Candy? Ja, was denn? Ich hab mich einfach immer... Hey, Candy, warum bist du die ganze Runde einfach nur wild rumgelaufen? Hin und her. Überall lang. Ohne irgendwo eine Task zu machen. Ich hab Tasks gemacht. Ich hab so einen Van da gemacht, da Sachen... Ich hab dich die ganze Zeit gesehen. Du bist einfach nur hoch runtergelaufen. Ja, ich hab dich auch gesehen. Ich hab den Like- und Abo-Button gesucht. Und jetzt hab ich ihn gefunden und gedrückt. Yeah. Also, Ryan lag in Repetiria. Okay. Ja, ich bin Storied schon. So. Ja, jetzt gerade. Man läuft ja sehr schnell, ne? Also, ich kann Kahn decken. Zum... Zum... Zumindest für die letzten Tage. Ich kann Kahn decken, sorry. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, ich kann Kahn decken, weil er... Er hätte jetzt auch öfters die Möglichkeit, mich zu killen, also... Flo kann mich decken? Ja, ne? Wo warst du? Du hast doch gesehen, wie ich die Task gemacht hab. Easy Cheesy lügt? Was? Nee. Er hat am Anfang gesehen, wie ich auf diesen Scanner gegangen bin. Ja, das war für eine Minute. Hä? Na uns? Aber der Scanner, der ist doch... Den kannst du ja schon weggehen. Boah, Izzy ist Hass. Tut mir leid. Du weißt also... Junge Candy! Das ist Hass leider. Okay, ich wohnt durch Candy. Nein, warum? Danja, wo warst du zuletzt? Weil du siehst Hass, du hast die ganze Runde. Hm. Easy, Easy schiebt aber grad schon. Oh Gott, sorry. Ich hab Hunger. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann Daniel Schutz nehmen, ich hab sie gesehen. Ich hab... Danke. Kahn, du hast mich auch gesehen. Bei Kaffee zählen. Jeder kann sie sehen. Der hat aber Ryan noch gelebt. Ja, das weiß ich doch nicht, wann Ryan noch gelebt hat. Oh! Wo weiß Kahn das? Wo weiß er das? Hat der Ryan gekillt? Hat der Ryan gekillt? Also ich glaube, Danja war meidisch, weil Ryan auch lila. da ist. Oh! Flausi, was ein Call, ey! Sehr okay. Ich hab die Frage, warum bist du schon Mute? Hä? Warum bist du schon Mute? Warum warst du gerade Mute? Ja, weil er, weil er schon gevotet hat. Ja, abgestimmt und gevotet habe. Er wollte grad seinen Zuschauern sagen, Leute, wie werde ich am besten aus dem Post hier durchkommen? Was? Das glaube ich nicht. Ich nehm ja nicht mal auf. Ja, was machen wir jetzt? Ich kann Danja saveen. Danke. Also sie kann das nicht gewesen sein. Danke. Skippen oder Candy wohnen? Was sagt ihr? Ich kann sie jetzt eins mühsen. Ja, hä, skippen. Also ich hab den Candy. Ja, komm. Ja, komm. Ich hab geskippt. Hey! Wer hat für mich gevotet? Hallo? Irgendjemand hat für Flo gevotet. Ja, okay. Also ich glaube, es ist Candy. Da ist Danja. Ich will jetzt... Warte mal, wenn ich da jetzt reingehe... Nein! Candy war... Candy ist es nicht! Ich hab's gesehen! Der war bei der Task! Der wurde gescannt! Oh mein Gott! Nein! Das ist nicht Candy! Ich hab ihn zu Unrecht beschuldigt! Oh nein! Ja, okay, wenn es nicht Candy ist, wer ist es dann? Ist Candy Jester? Läuft er deswegen so wild rum? Ist Candy Jester? Nee, das kann nicht sein. Leute, wenn hier die ganze Zeit nur der Jester gewinnt, ne? Das wäre irgendwie traurig. Da ist Candy. Okay. Danja und Todd. Emergency Meeting. Hä? Wie schlecht! Hä? Easy ist vor mir gewesen. Was? Was? Ja! Flo, hä? Hä? Du bist in der Hölle. Warum? Ja, Flo, ja. Ich weiß gar nicht, wovon er redet, hä? Ja, weil ich nicht wusste, dass ich hier reingerannt bin. Ja, wir haben Morphling, das ist schon klar. Also entweder du lügst grad Flo und willst mich einfach nur raushaben oder du hast den Morphling gesehen. Was für ein Morphling? Ich vertraue Flo zu 100%. Oder er will, dass wir denken, dass er lügt und er ist Jester. Ich glaube auch, das glaube ich auch. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das klingt so, ne? Dass er Jester, ja. Ja, dann lass ihn mal voten und gucken, ob er wirklich Jester ist. Das ist nicht Sinn des Spiels. Flo hat eine Sache vergessen, dass nur Danja hier die Dumme in der Runde ist. Dementsprechend glaube ich das Flo nicht. Kann irgendeine andere Rolle wenden? Ich weiß es nicht. Nein. Sie wird dann Engineer. Ah, Engineer. Stimmt. Als ich Jester war, konnte ich nicht wenden, zum Beispiel. Ja, dann muss die Posse sein. Ich glaube, Danja ist es. Aber warte, nein, nein, Jester kann wenden. Jester kann wenden. Jester kann wenden. Jester kann wenden? Ja, Jester kann wenden. Ja Flo, du wirst heute auch einmal gewendet. Nee, Jester kann nicht wenden. Jester? Also eigentlich, als ich Jester war. Vielleicht gibt es verschiedene. Ja, mir ist so eisig, ich wollte niemanden und brav meine Augen abgehaben. Und ich habe Candy beim Scan gesehen, also der ist es doch nicht. Ich stand da einfach nur drauf. Ich habe mich nicht mal gescannt. Doch, bei mir wurde Scan angezeigt bei dir. Also ja, ich habe abgebrochen dazu gerade. Ich dachte, ich wollte es so faken, damit du denkst. Ah. Warum Danja? Zwei Votes. Ich habe die gesaved. Ich weiß es auch nicht. Keiner wurde gewählt. Wir haben geskippt. Aber ich habe keine Ahnung, wer hier gerade der Impostor ist. Gar keine. Überhaupt gar keine Ahnung. Nein, Kahn, geh weg von mir. Oh Junge. Dieser... Der macht mir immer so Angst. Das stellt er sich dann auch direkt zu mir. Aber ich meine, wenn er kein Impostor ist, dann... Ich meine, dann macht er mich ja sicherer. Aber er stand hier echt kurz an der Task an dem Download gerade. Sehr kurz sogar. Zu kurz. Sehr, sehr kurz sogar. Extrem kurz. Habt ihr das gesehen? Der war viel zu kurz an der Download Task. Da ist Flo. Also, ich glaube... Das ist schon ein bisschen sus, wie kurz der da an der Download Task war. Flauschi steht hier. Dann muss es ja wahrscheinlich Kahn sein. Dann hat der einfach nur schlecht gefaked gerade. Ja, okay. Ja, okay. Dann warten wir mal ab kurz. Und schauen mal, ob es vielleicht Kahn ist. Irgendwas ist hier los. Das Reaktor. Da ist Flauschi. Wo muss ich denn jetzt hier eine Task machen? Hier muss ich eine Task machen. Aber ich bin bald fertig. Da ist Kahn wieder. Ja, Leute. Ich glaube, es ist Kahn, ne? Da ist Flo. Flauschi. Flauschi. Boah. Okay. Jemand wird reportet. Wo lag er? Also, er war unten bei Shields und rechts direkt. Auch relativ in der Mitte. Zwei Personen sind mir entgegengekommen. Eine zuletzt. Und die kam unten von Shields. Also, ich bin bei Waffen, O2 und Navigation runtergegangen. Und leider kam mir auch Kahn entgegen. Okay. Hey, das stimmt gar nicht. Und wer noch? Wer noch Kahn? Kahn ist ganze Runde lang Kahn nicht da hergelaufen. Ja, okay, es ist Kahn. Kahn muss lügen. Ich habe ihn nicht gesehen. Wartet mal bitte noch nicht. Wartet mal noch nicht. Wartet ihn nicht. Wartet ihn nicht. Es kann auch Danja sein. Ich habe Danja vorher gesehen. Also, Danja ist auch von da gekommen. Ich war bei Navigation vorher. Und die Antwort kann natürlich auch sein, dass Kahn jetzt Jester ist. Hm. Und er will vielleicht rausfliegen. Nein, er lügt. Ja. Er lügt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, okay. Also, ich habe vorhin gesehen, wie Kahn eine Task sehr, sehr kurz gemacht hat. Das war die Download-Tast. Das war die Download-Tast. Du bist auch direkt zum Download gekommen. Ja, schau doch ruhig in der Electrical. Warte mal. Du hast die Download-Tast ganz kurz gemacht, dann abgebrochen und bist weggelaufen, umzusehen. Nein, ich bin da hingelaufen. Ich bin da hingelaufen. Nee, Kahn. Du hast die Task viel zu kurz gemacht. Du hast sie gefaked. Ist auch so. Er hat sie gefaked. Ja, ist auch so. Das weiß jeder hier. Deswegen voten wir dich jetzt auch, Kahn. Dankeschön. Ganz einfach. Easy Cheesy hat dich überführt. Wer von euch war in der Kommunikation? Und was mit Easy jetzt eigentlich? Die hätte ich voll gewendet. Was? Flo? Junge. Ja, ich bin mir wirklich unsicher gerade. Wolle ich jetzt Kahn oder Easy? Ja, ich bin nicht gewendet. Ich glaube, dass... Denken wir nicht darüber nach, mal Candy zu voten? Nee, Candy ist vielleicht jester, hä? Was hat denn und sagt, man soll ich nicht voten? Hast du doch gerade gesagt. Seine eigenen Worte. Du willst einfach nur nicht gewotet werden, Kahn, weil du im Poster bist. Ja, okay. Worte mich. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Candy! Und ihr blind. Ja, Junge. Ich wollte jetzt... Ich dachte, es ist Kahn. Ich wollte einfach immer Kahn bei der Kleinstoffermütung. So. Ganz einfach. So, Runde gewonnen. Einfach schon. Nur damit mich keiner mehr beleidigt. Please. Please. Bitte. Bitte war richtig. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war so schlecht. Okay. Ich trolle. Oh nein. Ich bin raus aus dem... Ja, okay. Jeder trollt. Jeder trollt. Nein. Es ist angegangen. Okay. Ja, okay. Ähm. Das war auf jeden Fall sehr schlecht. Kahn war es nicht. Aber dann könnte es natürlich noch Candy gewesen sein. Tatsächlich. Ja. Es sah jetzt echt aus, als hätte er die Task gefaked, Leute. Oh Mann, ey. Ich habe nur eine Task, dann bin ich eh durch. Und dann... Oh Gott. Danja. Vielleicht... Vielleicht hefte ich mich an Danja ran. Weil er... Ich vertraue ihr irgendwie. Andererseits hat sie sehr schnell Kahn gerade gevotet. Ich bleibe mal bei Flo. Ich bleibe mal bei Flo. Ich halte ein bisschen Abstand. Ich bleibe mal bei ihm. Damit er bezeugen kann, dass ich nichts war. Okay? Weil ich vertraue ihm. Ich laufe ihm einfach mal hinterher. Mal gucken. Ich meine, er wird es gerade ein bisschen ins Hass finden. Aber... Er kann immerhin dann mich safen. Ich vertraue Flo. Okay. Er macht seine Tasks. Ich bin halt durch, ne? Mit Tasks. Wo ist er? Wo ist er? Okay. Da links. Darunter. Er ist, glaube ich, auch fertig. Ah, jetzt ist er hier. An Camps. Ich möchte... Weil er hat den einzigen Sass auf mich, ne? Ich möchte nicht, dass er denkt, dass ich Sass bin. Na, ist Candy? Okay, da sind wieder Lichter. Okay. Junge, Candy hängt jetzt hier einfach mit rum, ne? Ich glaube, damit wir nicht denken, dass er es ist. Okay, da wurde jemand reportet. Das heißt, Flo ist es nicht und Candy wahrscheinlich auch nicht. Wie Flauschi. Hier lang. Hä, wo hast du denn gerade Flauschi gefunden? Du warst eine Sekunde noch bei mir. Vor dem Eingang von der... Ja, deswegen kann ich es nicht gewesen sein. Ja, du könntest sie jetzt getötet haben, aber es ist irgendwie unwahrscheinlich. Nein, hab ich nicht. Ist das Danja? Weil Flo ist es nicht. Ich bin es auch nicht. Das kann Flo bezeugen. Also, geht nur Candy oder Danja? Naja, also man muss sagen, als das Licht aus war, ist sie als erstes rein und Flo danach. Naja, Flo und ich haben uns die ganze Zeit gesehen, oder? Ich bin safe. Ihr wart... Na, wie könnt ihr euch gesehen haben, wenn ihr sogar diese Switches da hattet? Ich hab ihn die ganze Zeit gesehen und wir sind dann zusammen hochgegangen, als das Licht wieder an war. Hä? Ich war das nicht! Also, es kann nur Candy oder Danja gewesen sein. Ich bin es nicht gewesen. Was soll ich euch sagen? Ich war... Ich war es nicht. Ich hab ihn genau gesehen. Vor Electrical erledigt hab ich nicht gemacht. Wo, wo, wo? Und dann reported. Wo überhaupt? Bei Electrical, bei Elec. Also, ich bin gerade bei Cafeteria. Falls das... Ja, dann kann es ja nur Candy gewesen sein. Das kann ich ja nicht bei Electrical sein. Ja, weil wir oben in Electrical sind gerade. Es war doch Storage. Du bist jetzt von Electrical auf dem Weg zum Storage. Da war die Leiche. Ja. Und du hast sie einfach reportet, oder? Was hast du gemacht? Ja, na klar. Ich wollte sie eigentlich auch einfach liegen lassen. Wirklich hab ich sie reportet. Ja, dann war es Danja. Dann müssen wir Danja voten. Ja, aber ich bin ja nicht mal nah. Warum hat Danja Floschi gekillt? Also, ich bin da hingelaufen und dann lag die da einfach rum. Ich hab die nicht gekillt und safe reportet. Hab ich nicht gemacht. Ja, das... So, aber was... Ich hab... Flo kam mir aus der Richtung, aber sogar entgegen. Hä, das stimmt doch gar nicht. Ich hab Flo die ganze Zeit gesehen. Der ist es nicht. Ich bin... Der kam mir da entgegen. Ich hab Flo die ganze Zeit, die ganze Runde hab ich Flo gestoppt. Das ist das, was ich gesehen hab. Ja, das stimmt. Und er hat mich auch gesehen. Die ganze Runde. Die ganze Runde. Aber Moment. Aber ich bin jetzt aber nicht. Ich bin jetzt aber nicht. Ich war... Doch. Okay, ich bin... Okay, darf ich euch mal eine Route sagen? Vielleicht hilft ja. Ja, aber schnell. Okay, ich hab euch vorhin getroffen. Dann bin ich über Navigation. Dann war ich dort ne Weile und hab dort bisschen gekauft. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben 20 Sekunden, Danja. Wir skippen, wir skippen, wir skippen. Wir skippen, wir skippen. Wir skippen, wir skippen. Ja, skippen eigentlich, oder? Okay, ich drück auf skippen. Ich hab skippen gedrückt. Ja, ist auch schlauer. Ist viel, viel schlauer. Als letzte Mann rauswerfen. Ja. Ja. Sehr, 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 sehr. Okay, ich weiß nicht, Leute. Ich versteh's nicht. Es ist Candy oder Danja. Einer von beiden. Flo kann's nicht sein. Weil er hat... Ich hab ihn die ganze Runde gesehen. Er hätte niemanden killen können. Schon gar nicht am Eingang zu Electrical. Okay, ich folg ihm jetzt einfach. Safe wird gleich Reaktor gemacht. Nein. Neun, vier, neun, neun, drei. Es ist Danja, es ist Danja. Nee, sie hat es nicht da. Boah, ich hab Angst, ich hab Angst. Aber das ist nicht Danja. Hä? Aber keiner hat hier nirgends... Was? Wer war's denn jetzt? Es war Danja. Ach, wir waren durch mit den Aufgaben. Alright, Leute. Dann war's ja auf jeden Fall mit dem OP Imposter, der irgendwie keine Runde gewonnen hat. Aber dafür hatten wir sehr, sehr krasse, starke Jesters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da ist gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und hasta la pasta. Bis dahin.